Anja Kling ist eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Bekannt wurde sie 1989 mit der Hauptrolle in Hermann Z. Schoches Spielfilm Grüne Hochzeit. Im wiedervereinigten Deutschland war die Rolle der Helke Hagedorn in der ZDF-Serie Hagedorns Tochter ihr Durchbruch. Leben, Herkunft und frühe Jahre Anja Kling wurde als zweite Tochter des Filmproduzenten und Dokumentarfilmers Ulrich Kling und dessen Frau Margarita, Geb. Pahl geboren und wuchs gemeinsam mit ihrer fünf Jahre älteren Schwester, der Schauspielerin Gerrit Kling, seit 1975 in Wilhelmshorst bei Potsdam auf. Ihr Vater war bis 2007 Atelierchef im DEFA-Studio für Dokumentarfilme Babelsberg, ihre Mutter ist Kunsterzieherin und seit 1994 Schauspieleragentin. Anja Kling hat einen Bessarabien-Deutschen Familienhintergrund. Die Eltern ihrer Mutter, Julius und Olga Pahl, lebten seit Generationen in Beresina in Bessarabien und kamen 1940 bei der Umsiedlung der Bessarabien-Deutschen unter dem Motto Heim ins Reich nach Westpreußen, wo ihre Mutter geboren wurde. Seit der ersten Schulklasse wollte sie Ärztin werden. Mit 16 ging sie für ein Jahr an die Ballettschule Berlin. Nach ihrem Abitur 1989 an der Helmholtz EOS in Potsdam wollte sie Medizin studieren. Ihre Schwester, die bereits als Kind in Egon Günthers Anlauf debütierte, riet ihr, an einem offenen Casting teilzunehmen, was sie auch beherzigte und mit Erfolg absolvierte. Zunächst wurde sie für die DEFA-Produktionen Danke für die Blumen, mit Leib und Seele und Polizeiruf 110, Amoklauf in Nebenrollen verpflichtet. Schließlich besetzte sie Hermann Schoche für die Hauptrolle in dem DEFA-Kinofilm Grüne Hochzeit, in dem sie die 17-jährige Fabrikarbeiterin Susanne spielt, die nach einer Liebesnacht mit ihrem Freund Robert ungewollt schwanger wird, heiratet und Zwillinge zur Welt bringt. Mit diesem Film im Mai 1989 wurde sie einem größeren Publikum bekannt. Für die Jugendsendung 1199 moderierte sie ab 1989 zwei Jahre lang das Mädchenmagazin Paula. Nach eigenen Angaben floh Kling mit ihrer Schwester fünf Tage vor dem Mauerfall, also am 4. November 1989 über die CSSR nach Bayern. Nach der Wende Anfang der 1990er Jahre begann sie ihr Schauspielstudium an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin, brach es aber wegen des Rollenangebotes der Helke Hagedorn in der ZDF-Serie Hagedorns Tochter wieder ab. Die Rolle war für Kling der Durchbruch im wiedervereinigten Deutschland. 1995 brachte ihr diese Rolle die goldene Kamera in der Kategorie, beste Nachwuchsschauspielerin, ein. Kling gab an, später privaten Schauspiel- und Sprechunterricht genommen zu haben. 1996 stand sie für die zehnteilige ZDF-Abenteuerserie verschollen in Thailand erstmals an der Seite ihrer fünf Jahre älteren Schwester vor der Kamera. Sie spielte die Nebenrolle der Katja, während Gerrit die Hauptrolle der Constanze Strauten übernahm. Für ihre Hauptrolle der Barbara Greenberg Altamura in der achten und neunten Staffel der italienischen Fernsehserie La Piovra 8 erhielt sie 1998 die Goldene Nymphe und den Internationalen Kritikerpreis des Fernsehfestivals von Monte Carlo. Zur Jahrtausendwende war Kling in dem deutsch-weißrussischen Filmdrama von Hölle zu Hölle, das in Weißrussland bereits 1996 Uhr aufgeführt wurde, in der Rolle der aus Kielzer stammenden Jüdin Helena Golde, die mit ihrem Ehemann Hendrik deportiert werden sollen, aber ihren KZ-Aufenthalt überleben, zu sehen. In Johannes Fabriks Fernsehzweiteiler der Seerosenteich, nach dem gleichnamigen Roman von Christian Pfannenschmidt, agierte sie als beste Freundin der von Natalia Wörner dargestellten Modeschöpferin Isabelle Korten. Anfang 2003 sah man sie an der Seite von Lisa Martinek als Gerrit Reische in Uwe Janssons Kriminalfilm Jagd auf den Flammenmann. Im Oktober 2003 war sie neben Maya Marano in Matti Geschoneks Melodram Liebe Schwester in der Hauptrolle der an Brustkrebs erkrankten Judith Velasek zu sehen. Geschonek besetzte sie für eine weitere Hauptrolle in dem Fernsehfilm Die Ärztin, wo sie die nach dem privaten Glück suchende Gefäßchirurgin Inga Neumann, die vom Chefarzt befördert wird, indem sie Transplantationen selbst operieren darf, spielte. Im selben Jahr war sie in dem Kinofilm Raumschiffse Preis Periode 1 zu sehen, in dem sie die Rolle der Königin Metapher übernahm, eine Parodie auf die Star-Wars-Figuren Prinzessin Laia und Padme Amidala. Ebenfalls 2004 begann sie bei Christian Tramitz in dessen Comedy-Serie Tramitz und Friends mitzuspielen und erhielt dafür den deutschen Comedy-Preis sowie einen Bambi. In dem historischen Sat. 1 Fernseh-Zweiteiler Wir sind das Volk, Liebe kennt keine Grenzen übernahm sie Hauptrolle der jungen Mutter Katja Schell, die ihren bereits vor Jahren in den Westen geflüchteten Mann über die ungarische Grenze nachfolgen will, wo sie allerdings aufgegriffen wird und in der Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Hohenschönhausen inhaftiert wird. Für ihre dort erbrachte schauspielerische Leistung wurden ihr drei Preise verliehen. Die Goldene Kamera, der Bayerische Fernsehpreis sowie als Ensemblepreis der Deutsche Fernsehpreis. Im Februar 2009 war sie in den deutschen Kinos als Mutter von Lilly in dem Kinderfilm Hexe Lilly, der Drache und das magische Buch zu sehen. Für die Fortsetzungen Hexe Lilly, die Reise nach Mandolan von Harald Sicheritz und Hexe Lilly rettet Weihnachten von Wolfgang Groß wurde sie ebenfalls als Lillys Mutter besetzt, wobei die Hexe Lilly von drei verschiedenen Jungschauspielerinnen gespielt wurde. Für die Titelrolle der Tafen-Ermittlerin Hanna Mangold in dem Kriminalfilm Hanna Mangold und Lucy Palm wurde sie 2012 mit dem Bayerischen Fernsehpreis als beste Schauspielerin in einer Serie und Reihe ausgezeichnet. Im März 2013 wurde mit Tod im Wald eine Fortsetzung des Films gesendet. In Thomas Schatz' dokumentarischen Fernsehfilm Der Rücktritt übernahm sie als Bettina Wulff die Rolle der damaligen Ehefrau des zehnten deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff. In der deutsch-österreichischen Fernsehtragikomödie Chuzpe – Klops braucht der Mensch – war sie als Tochter des Holocaust-überlebenden Edek Rotwax zu sehen. Im April 2015 startete das ZDF unter dem Sendetitel Die Wallensteins eine neue Kriminalfilmreihe mit ihr als Kriminalhauptkommissarin Bärbel Wallenstein in der Hauptrolle. Nach der zweiten Episode unter dem neuen Sendetitel Dresden Mord wurde die Reihe im Sommer 2016 wegen schlechter Kritiken und einer unter der Erwartung liegenden Einschaltquote von 4,96 Millionen Zuschauern eingestellt. In dem im Dezember 2015 nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Sabine Ludwig Urauf geführten Kinokinderfilm Hilfe – Ich hab meine Lehrerin geschrumpft – war sie als strenge Schulrektorin Dr. Schmidt-Gössenwein, die von ihrem elfjährigen Problemschüler Felix auf Daumengröße geschrumpft wird, gespielt von Oskar Keimer, in einer der Hauptrollen zu sehen. In der Fortsetzung Hilfe – Ich hab meine Eltern geschrumpft – war sie ab Januar 2018 erneut in dieser Rolle zu sehen. 2019 sah man sie als Stefanie in einer der Hauptrollen in Jan-Georg-Schütte-Improvisationsfilm-Klassentreffen über eine Schulklasse, die vor 25 Jahren ihr Abitur absolviert hat, und sich nach all der Zeit wieder sieht. Seit Oktober 2019 ermittelt Kling als Leiterin des Kommissariats 14 der Mordkommission Leipzig in der ZDF-Krimireihe das Quartett. Im März 2020 war sie an der Seite von Philipp Hochmeier als Gräfin Sophia von Schuppery in einer der Hauptrollen der achtteiligen österreichisch-deutschechischen Fernsehserie Freud von ORF und Netflix zu sehen. Daneben betätigt sie sich seit Mitte der 1990er Jahre auch als Synchronsprecherin. Unter anderem synchronisierte sie 1997 die US-amerikanische Schauspielerin Meg Ryan, indem sie die weibliche Hauptrolle der Anastasia im gleichnamigen Zeichentrickfilm einsprach. Sonstiges und Privates 2007 erschien Klings Autobiografie unter dem Titel Meine kleine Großfamilie, sechs Erwachsene, drei Kinder und jede Menge Action beim List Verlag. Im April 2020 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrer Schwester Gerrit in reiner Dialogform das Buch dann eben ohne Titel. Wir konnten uns mal wieder nicht einigen. Zwei Schwestern, eine Geschichte, in welchem sie persönlich Erlebtes und private Geschichten von sich erzählen. Sie nimmt regelmäßig gemeinsam mit ihrer Schwester an den Schlittenhunderrennen der Baltic Lights, die sich für die Welthungerhilfe engagieren, Teil. Kling lebt in Wilhelmshorst bei Potsdam, wo sie auch aufgewachsen ist. Aus einer 20-jährigen Beziehung mit dem Aufnahmeleiter Jens Solf entstammen zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter. Im November 2012 gab Kling bekannt, dass sie und Solf getrennt leben. Im September 2018 heiratete sie auf Schloss Blankensee den Filmbeleuchter Oliver Haas, den sie drei Jahre zuvor bei einem Filmdreh kennengelernt hatte. Auszeichnungen 1995 Goldene Kamera als beste deutsche Nachwuchsschauspielerin 2004 Deutscher Comedypreis 2004 Bambi 2009 Goldene Kamera als beste deutsche Schauspielerin Und Bayerischer Fernsehpreis als beste Schauspielerin in einem Fernsehfilm In Wir sind das Volk, Liebe kennt keine Grenzen Der Mehrteiler wurde darüber hinaus im gleichen Jahr dreifach mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. 2012 Bayerischer Fernsehpreis als beste Schauspielerin in einer Serie und Reihe Für Hanna Mangold und Lucy Palm 1998 wurde beim Festival de Television de Monte Carlo die achte Staffel der Miniserie La Piovra – Los Scandalo in der Kling in der Rolle der Barbara Greenback-Altamura mitwirkte, sowohl mit der «Goldenen Nymphe» als auch mit einem Kritikerpreis ausgezeichnet. Bayerischer Fernsehpreis Bayerischer Fernsehpreis Bayerischer Fernsehpreis Bayerischer Fernsehpreis Vielen Dank.